Wollen Sie Ihre Produktivität steigern? Mit der konkurrenzfähigsten Lösung für Durchflussmessung? Der neue Citrans FC410 gibt Ihnen genau das, was Sie benötigen. Wenn vom Citrans FC410 die Rede ist, dann sprechen wir über Größe. Das bedeutet, dass dieses Durchflussmessgerät kompakter ist als jedes andere. Das Neue daran ist die eingebaute Messumformer-Funktionalität. Wir nennen sie Mini-Flow-Link, direkt im Messaufnehmer. Deshalb ist diese Coriolis-Lösung die leichteste und kompakteste weltweit. Leistung und Dimensionen passen einfach. Ein sehr kleines Messgerät. Es optimiert vorhandene Anlagen und reduziert den Platzbedarf. Man kann mehr Einheiten selbst auf engstem Raum unterbringen. Ohne Einschränkungen in Leistung und Zuverlässigkeit. Das Gerät beinhaltet das gesamte Leistungspaket, wie eine sehr hohe Messgenauigkeit von 0,1%. Das liegt an der besonderen Rohrform, der Compact Curve. Zur optimalen Messung geringster Durchflüsse. Eine hohe Erregerfrequenz bis zu 700 Hz. Die dem Messgerät Robustheit gegen Prozessschwingungen gibt. So kann es überall installiert werden. Und der Hemishap. Zunächst einmal sieht der Hemishap einfach gut aus. Er sichert einen niedrigen Druckverlust und einen sanften Umgang mit Flüssigkeiten. Perfekt für Hygienebereiche wie die Pharma, Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Oder für die Öl-, Gas- oder Chemiebranche. Dank Hesteloy Stahl ist diese Generation beständig gegenüber aggressiven Chemikalien. Datenaktualisierung alle 10 Millisekunden ermöglicht eine schnelle Prozessoptimierung. Ideal bei Anwendungen mit schneller Dosierung, wie bei der Abmischung von Softdrinks. Das ist wie Plug & Play. Der Modbus RTU bietet ein Standardprotokoll. Man installiert das Messgerät, nimmt das M12-Kabel und schließt es einfach an ein vorhandenes PLC-System an. Es unterstützt alle PLC-Typen, als ob der FC 410 in allen Sprachen spricht. Das nennen wir nahtlose Integration. Man hat sofort den vollen Nutzen. Der Citrans FC 410 kommt aus einer der am höchsten automatisierten Coriolis-Produktions- und Kalibrieranlagen der Welt. Mit weltweitem Kundendienst durch das Siemens-Netzwerk. Und vor Ort Service in 190 Ländern. Rund um die Uhr, sieben Tage in der Woche. Siemens ist immer in der Nähe. Diese Komplettlösung ist extrem kosteneffizient. Ich meine, das ist großartig. Man möchte sein vorhandenes System optimieren. Auch dort, wo es eigentlich keinen Platz mehr gibt. Mit großer Flexibilität und hoher Leistung. Man bezahlt also nur für das, was man auch wirklich benötigt. Das ist perfekt. Die perfekte Lösung für engsten Raum. Citrans FC 410. Because size matters.